Let's play Stranded Deep mit dem Darky Priest in der Season 2. So, hallo mein lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stranded Deep mit dem Darky, dem Priest, dem Darky Priest. Und ich begrüße auch dich, lieber Warly. So, was wollten wir denn jetzt machen? Ich glaube, wir wollten einen Turm bauen, ne? Das ist die Frage, wo bauen wir denn einen Turm hin? Ich befürchte ja, dass ich zu wenige Lashings habe, um wirklich einen hohen Turm bauen zu können. Aber, ich habe doch sicherlich eine Axt hier. Ach, halt, ich glaube, die habe ich in die Waffenkammer verbracht. Ja, hier ist noch eine normale Axt, ja, gut, die kann ich auch nehmen. So, Tür zu, es zieht. Nicht, dass noch einer der vielen Einwanderer und Freunde hier meint er müsse. Wo ist denn die Sonne? Geht die gerade runter oder auf? Ja, ich meine auf. Gut, weil ich will heute Abend mal ein richtig schönes Grillfest starten. Hier, nehme ich noch vier. Vier Lashings. Zwei. Zwei und da war dann nochmal einer. Matata! Äh, hier war doch irgendwo nochmal eins. Hatte ich nicht auch noch ein Potato hier irgendwo? Ein Potato! Oh, oh. Ah, süßte. Und da drüben steht auch noch ein Potato. Ah, neun Potatoes. Klingt nach einem Plan. So, Lashings meiner eben auf den Lashing-Haufen. Nun, 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 nun. So. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen Hammer. Kuh, brauchen wir nicht. Bail, Kuh, brauchen wir auch nicht. Potato, potato. I got potato. You got monato. I got potato. Potato, 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 wo machen wir hier eine Potato-Ecke? Äh, und, 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 hier. Und, 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 hier. Mir geht's ja. Nicht gut. Schön. Gut, ein, 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 zwei, und, eins, zwei, schön. Speisekammer, schließen. Gut, dann würde ich sagen, Kuh, Kuh. Brauchen wir es halt doch nochmal. Knack, knack. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Doch, halt, brauchen wir gleich wieder. E und E. Drink some. Gut. Gut, Bun. Hey, weh. So, jetzt machen wir die noch eben kaputt. Eins, zwei, drei. Upa. Eins, zwei, drei. Weg damit. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt waren wir ja so in letzter Zeit so viel unterwegs. Dass ich jetzt ehrlich sagen muss, ich mache jetzt wirklich mal, ich versuche jetzt mal, mein Turm noch ein bisschen hochzubauen und gucken, ob er überhaupt geht. Entschuldigung, ich habe gar was getrunken. Ähm, knack, 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 jetzt müsste es mir doch einwandfrei gehen. Weil ich werde jetzt erst mal Fisch für heute Abend suchen. Ich mache nämlich heute Abend hier ein richtig schönes Grillfest. Und da lasse ich mich auch nicht davon abbringen. So, wo sind denn hier die Fischgründe? Warum mögen sie keine Bewohner? Warum mögen sie keine Meeresbewohner aus Fischgründen? So, wenn er... Ich dachte gerade, was ist das für ein Punkt? Hier ist ein... Oh, muss mal eben wegmachen. Hier hat sich so eine kleine Fliege auf meinen... Hier, da sind Fische. Mal schauen, dass Sharky Shark nicht meint, er mir seht hier. Weil heute Abend wird mal geschlemmt. Jetzt sind die ganze Zeit nur hin und her geschwommen. Um im Prinzip... Äh, hin und her gerudert. Um im Prinzip irgendwelche Käse zu holen. Dort müssen rochen. Kann man denn essen? Aber ich glaube, der sticht mich dann und dann bin ich tot. Und tot sein mag ich echt nicht leiden. Was ist hier? Ach, bloße Reflektionen. So, ich will mir auch ein bisschen mehr hier... So ein bisschen mehr so Fischchen holen. Oh, das ist ein Frag. Was habe ich denn noch? Oh, Sharky. Muss zum Strand, muss zum Strand. Oh, schnell. Boah. Verdammt. Ich hasse es, dass sie nicht immer Sounds haben. Ich hole die gleich zum Essen, du. So. So, dann gucken wir mal, wie es weitere Fische es gibt. Was haben wir denn? Äh. Ach, vier. Da ist ja schon wieder einer. Oh, nicht schlecht. Hey, ich habe so eine Paranoia von diesem doofen Sharky. Eigentlich sind wir ja nicht so schlimm. Er hat es ja letztes Mal gesehen, wo ich hier gegen den Sharky gekämpft habe. Ja. Wo ich hier gegen... So, jetzt müssen wir noch acht haben. Boah. Zehn. So. Zehn. Und das Essen ist da ein Freund. Ja. So, wie viel haben wir denn? Dann bereite ich erst mal mein cooles Grillfest vor hier. Ah ja, ich brauche auf jeden Fall noch. Den brauche ich ja schon mal nicht. Ein bisschen Seewasser holen. Da haben wir noch was zu trinken. Lieber das... Hinknien und dann kann man es ganz langsam abstellen, ne? Cool. Ja. Einmal. Hinknien und dann kann man es ganz langsam abstellen. Nein, jetzt habe ich es ausgeleert. Auch nicht schlecht. Was jetzt? Jetzt habe ich das getrunken, oder was? Ach, nee. Ich will das auf abstellen. Hinknien. Abstellen. So. Jetzt geht es mir wahrscheinlich nicht mehr so gut, ne? Jetzt habe ich Durst. Irgendwie kommt es. So. Aber da die Sonne jetzt bald schon am Untergehen ist, nehme ich mir mal meinen Leiter. Machen wir mal Feier hier. Gut. Zuallererst hängen wir mal... Öh, E? Ne. Jetzt kann ich glaube, dass wir so dranhängen, ne? Ah, gut. Ah, okay. 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 1 2 3 4 1 2 3 4 und 1 2 so jetzt kommen mikrowelle auf weil da mache ich mir jetzt erstmal wasser und dann ein paar fischies und fischies kann man ja auch essen wasser fischies wenn wasser auch mal fertig wird nein frischwasser ach der schöne sonnenuntergang da kann ich mich nachher zum ende der folge schön in mein bettchen legen und ein bisschen schlafen ja ist ja auch mal nötig also ich war jetzt die ganze zeit wilsen äh wilsen sag ich schon wally gefällt dir das ah wunderschön so wird der eimer noch fertig dass ich mal ein fisch hier nehmen kann oder der mond ist aufgegangen die goldenen sternen prangen am himmel hell und klar das lagerfeuer mit dem wasser braucht ewig lalala jojo stellen wir hier einfach nochmal ein wasser hin hin knien ganz nach gerade gucken und jawohl so jetzt kann man trinken aber das hinstellen ist so umständlich obwohl müsste ich ja ich wieder ja so macht das sinn der erste fisch lecker schmecker sag ich nur frisch abgekochtes wasser obwohl ja wasser nicht so abgekocht wird weil das salz geht ja nicht raus sondern das wasser aber wollen wir mal nicht physikalisch korrekt sein hier was install steht muss noch programm ab jetzt suchen ok das freut mich hat mich ja hier voll aus meiner also irgendwie ja schon cool ne der mond schon wieder ich grille jetzt eben noch diese paar fisch ist hier fertig kann die mir dann hinten reinwerfen in mein lager hinten reinwerfen als ja proviant und dann guck okay weil so ein feuer hält ja auch nicht ewig und schlafen will ich auch nur das kann ich ja nur während der nacht aber ja mittlerweile funktioniert doch hier eine schöne hütte die natürlich noch angebaut wird mit dem turm so eine kleine aussichtsplattform oder sowas 2 einmal frischwasser fischchen lagerfeuer Aber eigentlich ist das schon nicht so schlecht hier, was ich da hier fabriziere. Boah, der Mond bewegt sich sowas von dermaßen schnell, wenn ihr mal den Stern hier zum Mond anguckt, wie schnell das geht. Echter Brüller. Ja, aber es ist ja auch immer schön, in der Folge mal nicht zu rudern. Haben wir nur noch 1, 2, 3, 3 Stück noch. Gut, 3 Stück noch, den letzten esse ich dann. Ist irgendwie blöd, dass man hier nicht 2 oder 3 hinhängen kann, wo ich dann 3 oder 4, äh, 2 oder 3 machen kann. Da waren es nur noch 2. Wie geht's mir? Na, essen. Ich bin hier in einer sogenannten Hamburger Braterei. In einer Fischburger Braterei. Rohstoffe, wie ihr seht, habe ich ja auch noch ein paar. Also ich kann hier noch ein bisschen bauen. Und ich würde das sagen, hier drüben würde ich meinen, hier vorne oder so, dass ich hier so, dann, ach, den Essen macht. Die sind ja wenigstens schon von Natur aus gesalzt. Hu, 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 hu. So. Ach, weißt du was, jetzt hole ich mir noch 1, 2... Ach, nee, halt, ich würde ja schlafen. Oh, Moment. Kuh. Ich muss ja schlafen. Ich muss schlafen. Irgendwann sollte ich mal schlafen. Also, gut's Nächte. Ah, guten Morgen. 1, 2, 3, 4, 5. Die bringen wir gleich mal da rein. Weil man kann ja nie genug haben von dem Käse hier. Und eine, hoppa. Wie geht's mir? Beschießen? Ach, weißt du was, dann hole ich mir jetzt noch, da das ja noch brennt. Hier müssen einfach ein paar Krabben. Oh, guck mal, hier eine Axt. Ach, wir machen die Axt hier. Habe ich die mal da reingeworfen? Warum sind hier keine Krabben? Hä? Ah, hier. Die nehme ich. Die nehme ich. Essig eben nämlich noch zwei Krabben. Wenn das Ding noch so an ist, dann... Super. Super Sache. Cool. Komm. Verschwind. Ach, halt. Denk ich jetzt einfach hier hin. Vielleicht sind die Araben noch gut. Naja. Jetzt war ja wieder voll der Treffer. So. Ach, mal eben noch einen Schluck trinken. Das müsste jetzt eigentlich wieder okay sein. Ja. Na gut. Aber... Dann fangen wir doch mal mit meinem Turm an. Ja. Also gut. Mach halt was. Hä? Okay. Ach halt, ich brauche einen Hamza. Einen Hamza. Speer. Oder soll ich gleich noch... noch meine Grillparty vorbereiten? Weg hier. Schnell weg. Schnell weg. Boah, das sind ja aggressiv. Ich habe mir jetzt zwei Krabben. Denk ich gleich noch mal. Eins, zwei, drei. Fitchellen. Die brauche ich jetzt erst mal nicht. Cool. Aber den Hamza. Den Speer brauche ich auch nicht. Cool. Irgendwann werde ich so ein Heimerlecht rufen. Einfach umbringen. Ich werde ihn umbringen. Geh. So. Also. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20. Und jetzt sehe ich. Eine Foundation. Wie hoch kann man die denn machen? Kann man die denn auch eine andere Foundation stellen? Ah. Da liegt mein ganzes Zeug jetzt davon. Böp. So. Dann nehmen wir das mal. Legen wir das mal hier hin. Dafür muss ich eigentlich auch noch eine Hütte bauen, ne? Na, du kannst hier oben liegen. Was ist denn mit dem Rockshard? Und dann legen wir die mal hier drüben hin, die Rockshards. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So. Also nochmal. Wir fahren da eh schon. Also auf jeden Fall will ich hier einen Zugang haben. Zu meinem Turm. Jetzt weiß ich nicht. Kann man? Nein, ich will die hier oben. Auch nicht. Äh. Okay. Okay, da kann ich hier rüber. Hier hoch. Und jetzt wäre es ja klasse, wenn ich hier so, ne? Hüpf. Foundation. Richtig hohe. Nee, es geht nicht wirklich, ne? Hm. Hm. Nee, da muss ich nochmal schauen, was ich dann jetzt mache. Hier haben wir mein zweites Zimmer. So ein bisschen so ein Beobachtungsvorposten oder was. Weil auf Dinger, ich weiß ja nicht, ob man Tsunami kommt. Also hier auf so Ebenen ist ja gar nicht schlecht hier zu laufen. Ich rate ne Fütchen. Die sehen irgendwie komisch aus. C. Guck, Sardinen. Eins, zwei. Eins, zwei. Mach das mal doch mal was? Ich könnte mich natürlich auch zur schönen Aussicht hinstellen und sagen Besser, aber die machen nicht irgendwie satt Ja, jetzt ist mein Plan irgendwie nicht so ganz aufgegangen. Neh, das wird wohl nicht gehen Also schön, dann gebe ich jetzt den Plan hier gleich mal auf Ach, dann mache ich einfach in dem nächsten Fall hier ein bisschen Fracktauchen oder so, aber Das lief jetzt irgendwie doof Zwei Lashings, die kann ich ja noch hier zum Lashing Haufen legen Machen wir noch ein bisschen Ordnung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Einmal noch 1, 2, 3, 4 Boah, jetzt geht FPS aber Boah, jetzt geht FPS aber Boah Jetzt wieder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1934, 1934 und 1234, so, ach guck, war ja bloß einer. So, jetzt halte ich meine schönen Haare, Rockhaufen, Fleshings, Knüppel. Und ja, jetzt muss ich halt echt überlegen, was ich hier mache. Mache ich hier statt einer Leiter noch so einen richtig schönen Eingang, also. Hm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder noch mal einen neuen Raum. Naja, Raum klingt sinnvoll. Naja, egal. Trotzdem, würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Strategy mit dem Darky Priest. Und ja, ich überlege mir jetzt, bis zum nächsten Mal, was ich jetzt hier machen werde. Ich denke mal, es wird ein neuer Raum. Okay, also, bis dahin. Tschüßen und danke fürs Zusehen.